könnt ihr erst mal das zeug in die vorratskammer bringen sie unterwegs beim bischof ausreisen geerntet habe pfeffer minze knoblauch immer gut das haben wir hier denn noch im eingebaut das ist das und das und das und das der rest kommt nach unten wenn wir auf gesteintag gehen auf man erde habe ich irgendwo schon leitern gebaut ich weiß es nicht das ist gar keine leiter das sind leiter noch ein paar leiter noch mal kurz bauen da ist ich komme hier was hast du gerade zwei sachen die ich nicht wieder finde und so und dann geht es ja ich die meinen schrank herrn gelegt habe natürlich da wo man es immer gleich wieder findet ist doch logisch in dem fall natürlich nicht das ist schlecht behauptet ihr habt sich in die dunkelzecke wo sie keine sau sieht ja kann man und die schilder sind nicht beim schwarzen turm hat das schmerzen letzten sondern rückgang video auch rumgelaufen und nicht gewonnen wie mag ich das jetzt am besten nicht beim schwarzen turm nur guck mal wer da ist der schmerz kommt leise vielleicht kriegt uns gar nicht mit aber vielleicht ist das trotzdem nicht so schön weg ich gehe nach thunis da gibt es ein teleportier schild aber ich denke ich gehe nach rückgang Okay, Flayers. Okay, Flayers. Tageslicht. Na, wenn der Schmeich ist, grüße dich. Hallöchen. Na, wenn. Was macht denn der Schmeichgrad Feines? Boah, ich muss mal umgucken. Umgucken. Umgucken, was so Neues gibt. Die Kühe füttern. Na, ich komme. Na, hast du jetzt beim Rundgang verlaufen mehrfach? Ja, es ist schwierig da, die Orientierung. Ich bin eh nicht so mit einem super Orientierungssinn gesegnet. Kann sich mit Schokolade zusammen tun. Ja. Und ja, ist doch sehr viel dort, was es dort gibt. Hm, ich gehe mal zum Schmeich. Mhm. Huch, bin ich hier zurück. Das war ja merkwürdig. Ich gehe doch hier zum Schmeich. Ich gehe doch hier zum Schmeich. Hm, was war das denn gerade? Hä? Ja, war auch klar. Nicht gerade auf Schild geklickt, davon kamen noch vier weitere beim Schmeich. Äh, was ist denn hier unten los? Ich denke, wie du eigentlich hier mal auftauchst. Das ist gut. Merkwürdig. Na, was die Herren? Was ist, was ist, was ist, was ist wo los? Wie? Ach, der lungert was rum bei dir. Hm. Hm, ja, komm, das kann passieren. Da hab ich mich so finster angeguckt. Ich weiß auch nicht, was das ist. Na, man. Beim schwarzen Turm hab ich das auch nicht gefunden. Da ist auch keins. Und tun es soll es eins geben, habe ich aber auch nur gehört. Ja, und tun es gibt es eins. Das ist ein Steinoptik sogar. Hm, ich gucke. Ah, naja, aber muss erst mal so die Reste erst mal vom Rundgang erst mal wegbringen hier. Ich hab noch irgendwie Fleisch gefunden, Pilze, Kaktusfrucht. Na, alle hast du das Herz begehrt. Schittinen, Panzer. Ja, was man so braucht. Genau. Genau. Ich will ja mal sagen, laufen. Oh, schön. Es fährt so ein Schleif. Ja, dann sagen wir das schon wieder. Ach, der Truthahnkeule. Aha. Sind die hier alle? Ich hab irgendwie gesehen, du hast ja vieles umgebaut, ja, diese neuen Türen, ja. Ja, so zwei, drei. Ja, das kann ich mir nicht hin, die kann ich mir nicht hin gehen lassen. Die Türen muss ich haben. Mal klar. Wo warst du auch so begeistert davon? Ja, ist cool. Ja, die haben ja auch was in Türen. Auf jeden Fall. Weil gerade für manche Sachen, da passen die einfach wirklich so richtig gut rein. So, ne? Er hat das gerundene Blut immer noch hier drauf. Meine Güte. Was macht der Schmärchen? Aber ich möchte gar nicht wissen. Irgendwas neues Blut. Nee, kein neues Blut dazu gekommen. Schade. Ach so, hier, Freunde, hier seht ihr den ersten Minecraft-Spieler Europas, angeblich. Europas, ganz genau, ja. Aha. Glaubt ihr keiner? Ich wollte schon was in deine Kommentare stellen, das hab ich dann aber unterlassen. Aha. So, so, so. Ja, ich hab was reingeschrieben. Äh, das geht ja gar nicht hier. Das schild nicht. Hast du von Türen, dann bin ich hier. Du musst doch schnördlich laufen. Mh, 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 mh. Hm, mh, mh. Hm, mh. Hm. Hm, mh. Schmerz, ein neues Spielzeug. Wo geht's denn hier hin? Hm, nur ein kleiner, der... Der Notausgang. Der Notausgang, genau. Für alle Fälle. Das ist schon wieder Nacht, meine Güte. Richtung Norden. Das neue Spielzeug. Was ist das denn? Toonies habe ich hier. Toonies, ist das richtig? Ja. Ja, ich glaube. Also wie gesagt, ich habe da keinen Stein gefunden. Aber wenn... Da ist ein Stein. Ich habe da beide gesehen. Wo geht's hin hin? Das ist aber auch neu. Nee, doch, das kenne ich schon. Das ist ja noch Robo. Da gibt's auch einen Weg weiter. Ja, hier ist ein überwiegend Rohbau, ja. So Inneneinrichtung habe ich es nicht so. Muss funktionell sein. Da reicht ein Bett, ein Tisch. Ja. Und weg damit, ne? Ja. Klup, weg. Na gut, ich dachte erst mal, ich komme ja nochmal vorbei. Alles klar. Du, 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 dumm. Cool, man ist auch schon wieder weg hier. Guck mal einer an. Ich habe das schön gefunden. Ich habe das schön gefunden. Das ist das nicht toll? Das kostet mich nicht echt ein Schokolade. Na, Band. Wie, wo, was, ne? Boah, was schmärcherlich hier so rumlungern hat. Und so. Hm. Hm. Wow. Noch Schokolade war das. Ich stand in Schokolade drin. So wieder zu Hause. Wollte einfach mal gucken. Ich glaube, Warnschokolade klebt auch sehr. Wer klebt? Warnschokolade. Jo, kann sein. Quietsch. also das ist doch schön ja 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 das ist doch schön muss dann schon in der ecke noch weiter zurückgehen sollte das der turn sein mal ecke mal zurück löfe 12 bin ich hier dass der turm dort cool das ist doch sozusagen eine punkt lenden wieso habe ich kein buchstabler dabei zwischen bogenlose frech hat mein kollege den ich ja so langsam an lerne der arbeitet schon ganz gut selbstständig das heißt dann wird es auch bisschen ruhiger das ist sehr schön wo ich erst noch wieder gearbeitet brauche nur urlaub das geht das geht schnell ruckzuck ist das alles wiederum werden stimmt und du kennst es ja selber mit 30 dienst gebäude der typische büro war alles wieder weg das ist sofort wieder alles auf anfang bin total geschält hier denkst du den machen wir hier auch mal so ein panopel hier rein und dann passt das soll ein bisschen wehtun nimmt sie alles mit so aus und sonst ist dann machen wir hier ist noch mal so eine so eine french zirkulär sie senior senorita kochen soll ich auch noch so ein fulltime job schon wieder hier so brauchen wir so ein jonas glaube ich habe ich vergessen wie die french 2 french 2 muss ich hier sein french 2 der french 1 kommt french 2 dann passt das doch wieder alles richtig gemacht sind ja fast nachbarn kissy mora ja fast sind wir noch ein paar türen bauen kürt man wo esen bogen haben wir noch vier stück sind wir auch den zugang zum dom gefunden das ist der kühl da ist doof da will ich das nicht wie das hier haben witzig müssen wir sagen noch ein bisschen beleuchtung einbauen menschen was soll ich denn herr kochen schoki oder so ist egal okay egal ist immer gut egal kann ich gut kochen ganz einfach mal so cool cool kann verstehen dass schmerz die türen mag die haben was ja demnächst ein paar von den falltüren bauen falltüren war doch bei dem schwarzen turm da oben genau diese dinge die panzer luken ja hier bin ich wo hast du eine panzer luken das willst du nicht wissen wozu er sowas braucht im panzer gibt es hier drin nicht im atombau gibt es auch nicht ich wollte aber ein raketensilo bauen im königreich phoenix ich habe da ein grundstück und dann brauche ich da ein raketensilo ja dann baue ich ein paar panzer und ein paar gewirksjäger und ein paar flugzeuge bei dem gebiet obwohl ich kann den flughafen bauen sehr schön mich auf ideen zu bringen okay hör auf dann warte aber mal die bürgerinitiative ab ob die damit einverstanden ist das was wir haben hier gibt es keine schon mundtos gemacht hier wird einfach knall hat durchgesetzt genau mundtot machen wie sich das gehört in der ordentlichen diktatur mundtot machen hier kommen wir raus hier unten komme ich raus das ist ja cool okay das ist ja cool bringt mir nur du wirst nicht ich war in einem anderen zeitalter also ich habe es für mich eigentlich sinnlos wie ich hier bauen würde es ist nie sinnlos etwas zu bauen ein flughafen in meiner stadt ja auch ein bisschen beknackt aus nicht gesagt ich wollte eigentlich ein steine farm wo mache ich das eigentlich nicht wenn die 200 k geben ich muss ja auch hier meine höhe mal wieder ein bisschen weiter ausbauen und erforschen hier rohstoffe abbauen muss man ja auch mal machen was habe ich hier gefunden taumkraft gekremselt haufen worte kristalle so kann jetzt hier irgendwo immer so ein gang hier mal rein treiben so welche ebene bin ich überhaupt hier eben die 47 da gibt es doch nichts außer steine gibt es da nichts dass er noch mehr stein ganz viel stein aber auch das gestein nehme ich mit so ich habe meinen lager schöner vergrößert na das ist doch super riesig das gehört für mich auf einen kohleflöts gestoßen ist auch nicht verkehrt so einen kohleflöts nehmen wir auch mit keinen kohleflöts kein forts flöts hoch aber bin hier gestürzen hier sind wir wissen wie ich der raus geht interessant da muss gleich wieder abladen was ich hier habe kies kalk limestone also auf sammeln unterwegs gibt doch nicht solltest du vielleicht nicht ganz so viel sammeln muss der mir sagen der mir eine rüstung verpasst hat mit magneten nein alles gut alles gut alles gut was man hat das hat man immer zu kriegen kannst und gibt nichts wieder her jetzt kommen wir auf was für ein schmerz schon wenn er was gerade wird mit blättern man sieht das ist ein baum fahr dran vorbei fahr dran vorbei ganz genau ich muss den film gedrängt mal wieder rein ich auch show you for the justice ja ersten teil haben wir schon wieder durch was meinst du der kleine hobbit ja ja so groß ist ja auch nicht ne also ich hätte nur einen hobbit sind machen können ne im echten leben du ja 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 kann man machen nach schocki so klein bist du doch nicht naja ich bin gerade groß ist ein sitzriese 1,58 m das ist nicht viel ok da ist meine mutter auch noch größer da ist selbst meine mutter größer da war aber natürlich klar als jüngste einer muss es ja sein ich meine mal Mist jüngste muss immer alles holen ja so ungefähr oh ich habe hier was von taubkraft gefunden hier habe ich ein paar kristallige schwarze ach mir was ich tun hier los nicht um meinen kopf setzen so ein blödes vieh da runter fällt kommt aber kein postbeute mehr ok bin von oben gekommen dann geht man da wieder hoch jonas rechts die fackeln die fackeln rechts die fackeln rechts die fackeln ja voll jahre und singst du den dass ich gleich wieder an der werkschaften links genau wenn ihr lieber ärger will es geht rein machst du alle rechts du meinst links ne rechts du weißt dass der sie links sitzt dann sitzt unser aller die halt dann rechts wo war jetzt der ausgang hier hier war er und ab ins die düren sind doll so was haben wir jetzt so gesammelt hier was kann jetzt hier so in die kisten Eisenerz kohle öpp noch mehr kohle noch mehr kohle ganz viel kohle kies kalb mein inventar ist zu klein ich brauche ein größeres inventar ja also manchmal hat man das gefühl dass da passt nicht allzu viel rein naja so irgendwas ist hier los redstone 50 stück warum passt es da nicht rein redstone redstone hä webe ich das system hier für apple ja ja wie 50 redstone warum passiert ja nicht mehr rein weil der ein system voll ist dann jetzt lauf jetzt läuft es durch aber ich muss es erweitern hast recht ist es kann auch so sein jetzt läuft es jetzt läuft es gott sei dank ähm was ich auch noch nicht ganz rausgefunden habe ob der shank der leitung geladen sein muss und des controllers ob nur der controller geladen sein muss das habe ich eben auch noch nicht ganz raus ich glaube der controller muss nur geladen sein bin ich der meinung ähm eine erweiterung ich brauche ich nicht eine schablone ich brauche ich für zwei ich brauche ich für irgendwas dass der ständig geladen bleibt der shank oder gibt es hier nichts für du können wir sachen fragen darfst du ja nicht so oft von zu hause ähm weg bewegen ich glaube wir haben nächsten schank oder gibt es nicht äh und äh wir haben nicht diese ähm heißt es dieses äh chunk system dass man claim kann ah schank oder haben wir auch nicht also ich weiß nicht ob man eine vanille auch in schank oder machen kann ich nein gibt es nicht was was wollt ihr jetzt bauen keine ahnung eine abgerade schablone wollte ich machen genau und zwar hier auf das jetzt bauen so jetzt passt nach 256 stecks rein das sollte reichen das träge ich so heißt eigentlich die beste rüstung die es zurzeit gibt manuelin rüstung manuelin so habe ich jetzt genug material mit dabei ja sollte das mal reichen ja jetzt zumindest mit einem verbesserung äh äh ja es wird gerade wieder nacht ne ich wusste es doch wieder ich wusste es ja muss lebran drehen doch mal nach diesen dingen fragen die aufzüge ja die von taumkraft ne ja ich brauche ich mal wieder welche so jetzt will ich mal gucken hier es ist ganz einfach es ist ganz einfach mayonaise brot kopfsalat tomate und gebratene schweinefleisch glaube ich brauchst du sei froh dass wir den nedermot nicht mehr drin haben ja ups da bin ich hier lang da ein gewisser herr sich in den nedermot gefordert hat und nicht wieder zurück kam ich hing in der zwischenwelt in der zwischendimension da kann man dann an dass das ding gerade da moment abkackt wenn man nether übertreten will nachher war ich ja drin aber es war kein nether portal da das war viel schlimmer wie kriegt man das denn okay er hat ein geschildertes nether portal benutzt was wir nicht machen darfst da du durchstürzt das server ab das war ein versuch wert und er hat noch nether mod drauf gehabt den das mochte der server dann auch nicht mehr so gern beim generieren genau so jetzt bin ich auf ebene so ganz gut aus da können wir was finden und dadurch ist der server amt abgespielt und wie bei jahren uns dann drangesetzt und versucht das irgendwie zu fixen bis zum schluss genau habe ich ein ganz aufgeregter tempo angeschrieben du bist doch ganz aufgeregt ich habe nur um hilfe gebeten mehr nicht dann hättet ihr beinahe europas ersten minecraft spieler brauchen können wir haben beinahe die wettbewerbs nicht mehr benutzen können ja ich hatte das in der gruppe kurz gelesen da wird da hat dieser rocker gerade einer blut und puls und also ich hätte zumindest tierisch blutdruck gehabt dann wahrscheinlich und puls und beides irgendwie alles auf einmal wir haben alles wieder hingekriegt funktioniert alles wieder ja hat es ein bisschen gedauert aber hat funktioniert genau warum finden wir eigentlich hier gar kein ähm was ist inside was inside enchantment äh keine ahnung keine ahnung keine ahnung keine ahnung weiß ich jetzt auch nicht gg da ist wieder irgendwas im busche hier hinten so ich habe nickel erz gold erz silber erz redstone bleierz einiges gefunden passt das ist das ist das ist das ist das ist